Hallo! Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Oh, das ist voll komisch in meinem Garten, sowas zu sagen. Wir haben uns überlegt, wir machen uns hier... Wir machen... Wir machen jetzt die Yoga-Challenge, weil ich Yoga machen will. Und ihr habt mir jetzt ein paar Übungen auf Insta zugeschickt und die machen wir jetzt. Und ich bin dabei. Ja, stimmt. Hab ich vergessen zu sagen. Vielleicht gab's jetzt gesagt. Das hab ich bestimmt noch nicht gesehen. Nein. Nein. Okay, okay. Die gehen mir in Jochen. Sag mal. Hier. Ich muss mich aber... Ey, das geht mir in deine Hand. Jetzt komm mal her. Die kommen nie nach unten. Die kommen nicht unten. Das ist richtig. Warte, 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 warte. Alter, unser Arsch unter meiner Hand noch. Oh. Oh, komm. Du bist böse. Oh. Das ist richtig. Oh. 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 Hast du gerade gestimmt. Das ist doch eh geil. Ih, Füße. Geh mal mehr zu dir aus. Der Füße muss alles drinnen einfach. Drinnen? Oder? Was hast du da? Der Füße ist voll eklig. Deine Augen. Oh, guck. Warte. Hihihi. Hihihi. Die sind super schön. Dein Spaß. Gib mir deine Hand. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Ich komm auch nerf. Warte. Iiii. Die liegen gar nicht. Die sitzen. Komm hoch. Ja, okay. Ich komm mal. Ich komm mal. Eins, zwei. Ich komm mal. Eins, zwei. Ich komm mal. Ich komm mal. Versuch gut auszusehen für den Screenshot. Was machen wir denn? Wir sehen gut aus. Wir sehen gut aus. Streck deine Füße aus. Eins, zwei. Du. Ey, ich fand's uns gut. Warte, sah mir so aus. Ja, ja. Ja, das ist genau so. Du Arsch. Nein, Schatz. Doch. Ich mach eigentlich. Scheiße. Du machst es doch falsch. Ich denk. Der muss runter. Juch. Der muss runter. Dein Kopf muss alles weiter nach unten. Was denkt man denn davon? Es klappt. Es klappt. Es klappt. Es klappt. Ja. Was muss jetzt passieren? Nein, du musst die Beine nach oben. Hab ich's doch. Nein, du musst ganz... Ja, so, so. Mach weiter. Warte. Warte. Mach zwei hoch. Warte, warte. Und hoch. Warte, warte. Das sieht gar nicht aus. Ey, Schatz. Ich war auch... Was? Ich bin der obere. Äh, ich bin der rechte. Nein, Schatz. Du hattest grad schon das Einfache. Ich mach nicht das cool. Du machst das ja... Alter. Okay, warte. Okay, warte. Was ist das? Warte, warte, warte. Du bist ja gewalttätig. Was drückst du beim Bein so runter? Siehst du das? Ich bin der süße Knall an Ball. Das ist nicht... Der Kopf muss unten sein. Ja. Was hast du? Ich hab versucht. Ich geh. Schatz, wie soll ich denn da... Aua. Boah, Schimmer. Warte. Du hast nicht mitgewaltt. Ja, ich muss mich doch... Ach. Schatz, warte. Gib mir deine Kette. Ich hab's gerade, Schatz. Ich hab's... Ich hab's. Ich hab's jetzt. Ich hab's jetzt. Ich hab's jetzt. Nein, ich hab's jetzt. Ich hab's. Nein, ich hab's jetzt. Auwe. Oh mein Kind, das ist ein Viech. Ja, jetzt hab ich's. Es ist ein Viech in meine Hose. Du kommst. Du brauchst den Massage. Schiri, wir wechseln. Ich will es jetzt auch mal machen. Geh mal weg. Ach so, ich kann gar keinen Rückwärtsfotten bauen. Scheiße. Den kennst du. Warte, bleib so, bleib so. Bleib so, warte, jetzt musst du so. Bleib so, bleib so. Warum? Du weh, gell? Geht nicht. Vielleicht machst du die ganze Zeit bei mir, aber selber kannst du es auch nicht. Und zu viel sagen, ich sehe aus wie eine dumme Kugel. Ich sah es auch aus wie eine Kugel. Du siehst auch wieder aus wie eine verlochene Kugel. Okay. Ich bin unten. Ich bin unten. Nein, ich bin unten. Ich bin unten. Nein. Ich bin unten. Du bist dann auf der anderen Seite. Ich bin unten. Geh mal weg, ich bin unten. Ich mach unten. Nein. Du brichst ein, das ist voll dumm. Nein. Ich bin jetzt hier, gell? Nein, das geht nicht. Ich brich deine Zähne durch. Meine Zähne? Geh mal runter mit deinem Arsch. Du musst eine Liegestütze machen, Alter. Du musst eine Liegestütze machen. Nein. Du machst es keine Liegestütze. Geh runter mit deinem Arsch. Ja, genau so. Warte, ich komme. Warte, warte, warte. Warte, warte. Du musst mich auch abstellen, warte. Aua. 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 Hier ist irgendwie so eine Bremse. Oder was ist das? Die Biene oder sowas. Aua. 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 Hat sie aggressiv gemacht. Schatz, sie beißt dich oder sticht dich. Also Leute, ich fand mich so warm bis jetzt ziemlich gut. Können Sie uns ja gerne bewerten. Jetzt das hier. Ich bin der Typ. Die bin jetzt richtig schön. Kannst du noch ein bisschen nach vorne? Noch ein Stück. 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 Okay. Bin ich richtig? Aua. Okay, warte. Ich finde es eigentlich ganz schön. Ich finde es auch ganz gut eigentlich. Den drin. Was werde ich? Ne, lass noch ein bisschen. Gut von Rücken. Okay. Den ist bei dir? Mhm. So gut. Oh. Den ist gut? Ja. Ist sie fertig, Schatz? Ich hab mir das Ding gerade so gut. Wir müssen es noch ein bisschen. Du musst die Brücke machen. Arsch es um. Das ist keine Brücke. Ja, du musst so eine Rohrebrücke machen. Das ist keine Brücke. Mach jetzt. Was ist echt ein Tunnel? Geh mal weg. Oh, das kann ich gar nicht. Schatz. Du musst mit Arm an die Füße. Das geht nicht. Du musst es so machen. Das kann ich gar nicht. Aber mein Kreuz tut sich nicht abknicken. So wie deins. Ich kann auch hier nicht runter. Ich hab ein Buckelkreuz. Okay, dann mach ich das. Warte. Warte, warte. 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 Ich muss weiter nach vorne. Das ist eine Hosebund. Echt? Scheiße. Ich kann alles sehen. Schatz. Was kannst du sehen? Scheiße. Was ist denn, wenn ich runterfalle? Schatz. Wie komm ich denn in der Ruhe? Ja, das ist besser. Schatz, du musst mich daran festhalten. Warte schriegen. Kannst du mir... Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Was ist die andere? Große. Wo bist du Traste? Das ist meine Schuld. Scheiße. Schatz. Ich hab mich nicht drauf. Ich komm nicht raus. Bist du... Du musst die andere auf mich drauflegen. Einfach nur? Arsch und Arsch. Guck mal, du hast Arsch hier oben. Ja, ich hatte mich nicht so weit oben. Du schmerzt voll. Du schmerzt richtig. Du schmerzt richtig. Ich muss aber auch erstmal hochkommen, gell? Okay. Eine Frau und Körperspannung, Schatz. Warte, warte, warte. Warte, warte. Das ist gut so. Ich bin dann hier oben. Wir machen so, wir machen so erstmal. Ja, okay. Aber es geht einfach runter. Arsch, du arsch, du arsch, du arsch, du arsch, du arsch, du arsch. Warte, du. Jetzt. Okay. Ja. Warte, 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 warte. Warte. Nein. Schatz, was machst du richtig? Ja. Jetzt, Hand vorne. Jetzt, warte, vorne. Ja? Körperspannung. Nein, Schatz, vorne schaue ich nicht. Doch, müssen wir. Schatz, ich kriege doch mal die Hände. Warte, doch, mach es, probier es. Oh. Oh. Aua. 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 Ist ja gut, oder? Ich hatte doch mal deine Beine nicht ausgesteckt. Warte, warte, warte. Ach. Was ist, was? Tu mal nicht überheblich. Warte, warte. Weißt du, wie dumm es gerade aussieht für mich? Ich, 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 ich lege nicht drauf. Ich guck's dir einfach wieder an. Okay. Schatz. Ja? Ich muss weiter runter. Damit, ich, ich lege nicht drauf. Ich kann meine Beine nicht ausstrecken. Ich guck's hier liegen. Okay. Okay. Ich weiß noch nicht, was, was. Okay, so. Bist du? Ja, genau so. Geh weiter nach unten mit deinem Kopf. Ja, genau. Warte. Jetzt auch mehr noch? Ja. Ich schaff? Ja. Okay. Ich hab voll geschwitzt gerade. Wenn's euch gefallen hat, dann gebt dem... ...einen Daumen nach oben. ...ein Video. Ja, genau. Wenn ihr Bock habt, dass wir noch mal irgendwann eine Yoga-Challenge machen, schreibt es gerne unten in den Yoga-Challenge. Oder eine andere Challenge. Irgendwie eine andere sportliche Challenge, weil die war echt sportlich. Ja. Wie gehen wir jetzt hier? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Adios. Ciao.